Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den panasiatischen Premium Zerstörer auf Stufe 2, die Long Yang am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welches Modul ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann gucken wir uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt mit dem Modul an. Dort nutze ich Antriebsmod 1, um einfach das Risiko zu reduzieren, dass wir den Antrieb verlieren. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit 4 Aufladungen, wo die Dauer der Nebelwand 70 Sekunden beträgt und die Wirkungsdauer 30 Sekunden. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit 2 Aufladungen, welcher die Höchstgeschwindigkeit um 8% verbessert. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 9 Punkte, Trefferpunkte 7700, was auf jeden Fall schlechter ist als der Durchschnitt. Panzerung 6 bis 9 Millimeter. Schauen uns dort schnell die Panzerungsgruppen an. Allerdings nichts wirklich Spannendes zu erwähnen für ein Zerstörer auf der Stufe. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 13 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 3x105 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 7,7 Kilometern. Was auf jeden Fall eine richtig, richtig schlechte Reichweite ist. Einer Ladezeit von 4 Sekunden, was auf jeden Fall eine gute Ladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung 18 Sekunden, was etwas schlechter ist als der Durchschnitt. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1200 mit einer 5%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granatenhöchstschaden liegt bei 2300. Und damit haben wir einen durchschnittlichen HE-Schaden pro Minute und auch einen durchschnittlichen Feuerstarter. Aber einen sehr, sehr guten AP-Schaden pro Minute. AP ist natürlich interessant, zum Beispiel gegen Breitseitenkreuzer oder vielleicht auch mal gegen Flugzeugträger. Da kann man vielleicht die eine oder andere Zitadelle sammeln. Bei den Torpedos haben wir 9 Punkte und dort haben wir 2x2 500 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 32 Sekunden. Was auf jeden Fall etwas besser ist als der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 9233, was auf jeden Fall relativ gut ist, kann man mit arbeiten. Torpedo-Erkennbarkeit zur See 1,1 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Torpedo-Reichweite 8,4 Kilometer, was auf jeden Fall ein richtig starker Wert ist. Und die Torpedo-Geschwindigkeit mit 49 Knoten eher langsamer. Und damit haben wir einen leicht unterdurchschnittlichen Torpedo-Schaden pro Minute. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass wir hier Tiefwassertorpedos haben, können also keine feindlichen Zerstörer damit treffen. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 86 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, was auf jeden Fall sehr schnell ist für die Stufe. Wendekreisradius 440 Meter, was auf jeden Fall auch ein richtig starker Wert ist. Und die Ruderstellzeit mit 2,1 Sekunden auf jeden Fall auch relativ gut. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 98 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser 5,5 Kilometer, was minimal besser ist als der Durchschnitt. Ebenso minimal besser als der Durchschnitt. Die Erkennbarkeit zur Luft mit 2,7 Kilometern. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel haben wir hier 1,8 Kilometer. Ist auf jeden Fall ein richtig starker Wert, da die meisten Zerstörer auf der Stufe bei 2 Kilometern sind. Allerdings ist es halt auch nicht relevant, weil man wird sowieso durch die garantierte Erkennbarkeitsreichweite von 2 Kilometern aufgeklärt. Daher ist es eigentlich auch 2 Kilometer. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Sarsenbing mit der Basisfähigkeit Dosenöffner. Und geskillt haben wir einmal Aufmerksamer Zorn, um die Ladezeit der Hauptgeschütze zu verbessern. Außerdem sehen wir feindliche Torpedos etwas früher. Wir verschlechtern zwar unsere Ruderstillzeit. Diese ist aber trotzdem immer noch gut. Als zweites Prüfnerblick, um den Tarnwert zu verbessern. Als drittes Drehen und Anvisieren, um die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze zu verstärken. Außerdem wird uns auch der nächstgelegene Gegner angezeigt, was natürlich sehr angenehm ist. Als viertes Nebel über den Wasser, wobei das auf Stufe 2 sowieso nicht relevant ist. Soweit ich weiß, zählt der Kapitänskill in der vierten Reihe nicht für die Gefechte. Und als legendären Skill nutze ich Unaufhaltsam und bei den Inspirationen einmal den Erich Bay und den William Sims, um einmal die Tarnung und hier mit dem Sims die Trefferpunkte nochmal zu erhöhen. Alternativ könnte man natürlich auch in Kombination mit dem Erich Bay noch den Jersey Swirsky nutzen, um dort noch mehr aus den Tarnwert rauszuholen. Ich persönlich finde aber diese 800 mehr Trefferpunkte doch sehr sehr nützlich. Das sind immerhin über 10%. Deshalb bleiben wir hier auch beim Erich Bay in Kombination mit den William Sims und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Polar im Herrschaftsmodus. Mit dabei haben wir hier den Mocky in der Smith und den Skillforger in der Azulain Avrora. Wir haben hier ein pures Zweiergefecht erwischt. Auf jeden Fall angenehmes Matchmaking, wobei wir uns natürlich schon ein paar Schlachtschiffe gewünscht hätten. Mit den Tiefwassertorpedos sind natürlich Schlachtschiffe die Ziele Nummer 1. Und da es auf Stufe 2 keine Schlachtschiffe gibt, haben wir hier natürlich nur Kreuzer, die wir treffen können. Dort wenigstens 5 Stück an der Zahl. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. 2 Zerstörer pro Team haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Gerade in den puren Stufe 2 Runden kann es halt auch mal sein, dass man dort 5, 6 oder 7 Zerstörer pro Team hat. Weil es halt einfach dort nur zwei verschiedene Schiffsklassen gibt. Und dort dann natürlich mit den Tiefwassertorpedos kann man natürlich in den meisten Runden nicht viel anfangen. Von daher schon ein relativ großes Manko hier mit diesem Schiff. Aber wir haben eine relativ durchschnittliche Hoppbewaffnung. Nichts Besonderes, aber man kann sich sicherlich gegen den einen oder anderen Gegner dort wehren. Haben wir leider aber auch ein Gegnerteam, eine Smith. Smith auf jeden Fall, ja wahrscheinlich der beste Zerstörer auf der Stufe. Sind jetzt hier auf jeden Fall auch schon direkt aufgeklärt. Und dort haben wir auch die feindliche Smith bereits entdeckt. Torpedos können wir uns natürlich schenken. Würden nicht treffen. Die einzige Chance, die man manchmal hat mit den Torpedos, ist dort vielleicht den Gegner zu überraschen und zu verwirren. Dass der vielleicht dann doch versucht diesen auszuweichen und sich dann dadurch in eine schlechtere Position bringt. Aber in der Regel kann man natürlich damit keine Zerstörer treffen. Ja, verlieren jetzt hier 1500 Trefferpunkte. Haben ca. 1000 gemacht. Nicht unbedingt der beste Austausch der Trefferpunkte. Und wir müssen hier verdammt aufpassen, die Smith hat halt so eine unfassbar krasse Torpedonachladezeit. Nicht viele Torpedos, nur drei Stück insgesamt. Und ich glaube nur zwei Stück, die er pro Seite nutzen kann. Aber irgendwie mit 6-7 Sekunden Nachladezeit von dort kommen dementsprechend permanent Torpedos. Wir wurden jetzt hier mal ganz kurz von der Taranto aufgeklärt. Konnten hier aber wenigstens mit dem Moki zusammen den C-Punkt einnehmen. Ich werde jetzt versuchen ein bisschen zu rotieren auf die andere Seite der Karte, dass wir dort vielleicht auch einen Zerstörer bekommen. Und gleichzeitig hier ein paar Torpedos in die Mitte werfen. Da haben wir die Taranto. Die werden zwar hier aufgeklärt, aber das ist nicht so tragisch. Wir setzen jetzt hier auch mal den Punkt zurück. Wir hauen hier nochmal unsere Torpedos raus, falls er dort rückwärts weiterfährt. Okay, da haben wir den anderen Zerstörer entdeckt, beim A-Punkt. Oh, treffen hier einen Torpedo. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dadurch die Taranto natürlich kaum was an Trefferpunkte übrig und wird jetzt hier auch rausgenommen. Versuchen jetzt hier nochmal unserem Kreuzer zu helfen. Geht hier leider auch raus, aber Der eine feindliche Zerstörer ist versenkt. Relativ knappes Gefecht hier noch. 5 gegen 5. Und wie es aussieht, hat sich die feindliche Smith dort auch verkrümelt von der C-Seite. Und ist jetzt quasi genau auf der anderen Seite von uns Richtung A unterwegs. Das ist natürlich ungünstig, weil so eine Smith im 1 gegen 1 sind wir natürlich deutlich unterlegen. Unsere Torpedos sind nutzlos und die Hauptbatterie ist halt einfach schlechter deutlich. Versuchen aber jetzt hier vielleicht nochmal den B-Punkt wenigstens einzunehmen. Und eventuell mit der A-P, die wir schon geladen haben. Wechseln aber erstmal zurück, weil er noch nicht Breitseite zeigt. Dort ein bisschen schießen. Okay, er fährt jetzt doch wieder Richtung A. Zeigt uns hier die Breitseite nochmal eine Möglichkeit, unsere A-P zu nutzen. Treffen hier auch direkt doppelt die Zitadelle. Und machen einen Motorschaden. Dritte Zitadelle hinterher. Und noch die vierte. Und draußen ist auf jeden Fall der Kreuzer. Verlieren jetzt hier leider auch den Skillforger. Und die Smith hat auf jeden Fall Bock auf uns. Bugattier. Dort auch fleißig dabei. Wirklich knappes Gefecht hier. Drei gegen drei. Gegnerteam dort mit einem zusätzlichen Kreuzer noch am Start. Wir haben aber natürlich die Map-Kontrolle. Da wir den C-Punkt und den B-Punkt jetzt eingenommen haben. Guck mal, vielleicht können wir sogar noch den A-Punkt bekommen. Das wäre natürlich optimal. Hinten kommt aber die Friand. Und diese ist natürlich verdammt schnell unterwegs. Von daher können wir uns den Punkt hier auf jeden Fall fürs Erste abschminken. Vielleicht haben wir ja Glück mit den Torpedos. Scheint aber glaube ich ein bisschen zu wenig vorgehalten. Und wir sind jetzt hier von der Smith mal wieder aufgeklärt. Da haben wir ein feindlicher Smith-Spieler. Auf jeden Fall auch kein Anfänger. Das merkt man natürlich direkt an seiner Spielweise. Definitiv ein Spieler, der dort einiges an Erfahrung hat. Von daher müssen wir da sehr, sehr aufpassen. Speziell wenn er dort jetzt gerade noch zwei Kreuzer mit im Rücken hat. Ich versuche aber hier noch weiter in den A-Punkt zu verteidigen. Deswegen sind wir gerade dabei nochmal die Gegner zurückzusetzen. Was uns hier auch gut gelingt. Unser Schiff ist natürlich nicht wirklich groß. Von daher ist es natürlich auch schwierig auf dieser Distanz für die Gegner zu treffen. Könnten uns zur Not gleich auch nochmal nebeln. Als notwendig. Kommen leider nicht auf die Bogartier rauf. Stand jetzt zumindest. Ich glaube die Bogartier hat glaube ich die meisten Fortschrittspunkte. Was den A-Punkt angeht. Ich versuche hier nochmal dichter zu kommen. Dementsprechend. Aber die Reichweite bei diesem Schiff ist halt einfach miserabel. Oh! Treffen aber hier mit zwei Torpedos auf die Bogartier. Die waren nicht mal für die Bogartier gedacht. Glaube ich zumindest. Ist schon ne Weile her wo wir die rausgeschossen haben. Von daher nehmen wir das natürlich gerne mit. Hier ein wichtiger Kill. Und sind immer noch dabei den A-Punkt zurückzusetzen. Die Smith dort leider jetzt aber den meisten Fortschritt. Und dieser versucht dort auch in der Tarnung zu bleiben. muss dort rechts irgendwo in der Nähe vom Kreuzer sein. Sind ja auch noch hier die ganze Zeit aufgeklärt. Okay. Schauen wir mal. Nebeln uns jetzt hier auf jeden Fall. Treffen hier sogar eine Zitadelle. Punktemäßig sieht es natürlich jetzt sehr, sehr gut aus. Echt so irgendwo muss auf jeden Fall noch der Zerstörer sein. Dort kamen auch Torpedos von hinten. Aber der feindliche Kreuzer sollte jetzt hier jeden Moment rausgehen. Und dann bleibt nur noch die feindliche Smith übrig. Nochmal eine Zitadelle zum Schluss. Oh, da haben wir die Smith nochmal entdeckt. Gießt ja auch auf uns. Türme sind leider noch nicht gedreht. Und da kommen leider nochmal seine Torpedos. Konnte dort nicht mehr rechtzeitig reagieren. War dort vielleicht auch ein bisschen zu gierig, um mir noch die Krake zu holen. Und hätte dort wahrscheinlich erstmal defensiver spielen sollen. Warten, bis meine Türme gedreht sind. Und dann hätten wir ihn gemütlich dort mit dem Mocky zusammen rausnehmen können. So kassieren wir leider den Torpedo. Trotzdem natürlich eine super Runde. Und der Sieg sollte uns trotzdem sicher sein. Ich glaube nicht, dass wir den 500-Punkte-Vorsprung hier noch weggeben werden. Wir können uns das Ganze hier aber immer gemütlich aus der Zuschauerperspektive anschauen. Der Mocky hier ja auch mit der Smith unterwegs und hat mehr Trefferpunkte übrig. Zusätzlich haben wir dort ja noch einen relativ vollen Kreuzer. Und ihr seht schon einfach, wie viele Torpedos dort rauskommen. Sind nicht die schnellsten Torpedos. Dadurch aber auch ein bisschen unberechenbar. Und haben trotzdem noch einen soliden Tarnwert. Drei Salven Torpedos sind dort gleichzeitig unterwegs. Und noch mehr auf jeden Fall möglich. Kann man wahrscheinlich fünf Salven Torpedos, sechs Salven gleichzeitig nutzen, wenn man denn möchte. Eigentlich ist Smith, hat relativ defensiv die ganze Runde agiert. Natürlich auch verständlich. Hatte dort nicht viele Chancen. Anfangs bei C. Konnte aber wenigstens später noch den A-Punkt holen. Und hat natürlich auch drei Schiffe versenkt. Aber was soll man zur Longyang sagen? Ist halt okay, das Schiff. Nicht wirklich eine Wahl, die ich wirklich für Gefechte treffen würde. Ich spiele natürlich sowieso eigentlich nur Stufe 2 Gefechte für neue Schiffe und Schiffsvorstellungen. Aber falls ich dort Stufe 2 spielen müsste, würde ich mich definitiv für die Smiths zum Beispiel entscheiden. Oder die Samson. Die amerikanischen Zerstörer auf den Stufen sind dort einfach unschlagbar. Und dort ist jetzt auch endlich die feindliche Smiths versenkt. Und die Runde ist gewonnen. Sehr, sehr geil. Relativ knappes Gefecht hier auf jeden Fall. 47.000 Schaden wurden es am Ende mit 71 Hop-Batterietreffern. Drei Torpedotreffer, vier Ausfälle, vier Schiffe zerstört, zwei Brände, drei Wassereinbrüche, sechs Zitadellen. 14 Mal ein Cap verteidigt, einmal erobert, einmal Eroberung unterstützt, fünf Schiffe aufgeklärt und das Großkaliber. Schauen wir uns natürlich auch schnell das Teamergebnis an. Schöne Runde hier auf jeden Fall. 1.900 Basis-EP für ein pures Stufe 2 Gefecht ist das echt ordentlich. Bisschen schade, dass wir dort ein bisschen zu gierig waren am Ende und dort nicht ein bisschen langsamer gespielt hätten. Da wäre natürlich durchaus noch eine Krake drin gewesen und vielleicht auch über 2.000 EP. Und im Gegnerteam Smiths auf jeden Fall auch eine gute Runde gespielt. Hat man natürlich direkt gemerkt, dass es kein Anfänger ist und der dieses Spiel schon häufiger gespielt hat. Werfen nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. Haben in der Runde 122.000 Klipppunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Longyang gewesen sein. Ja, was soll man sagen? Ein Zerstörer mit einer durchschnittlichen Hopp-Bewaffnung und Tiefwassertorpedos, die ja auch okay sind. Natürlich gerade und mit vielen Zerstörern ist das Schiff natürlich sehr, sehr schwach, würde ich schon sagen. Es gibt halt einfach bessere Alternativen, aber wenn man vielleicht sonst kein Premium-Schiff hat, um dort sich den Premium-Nachschub abzuholen, kann man das Schiff natürlich mal auspacken, aber ist nichts Besonderes. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.